Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel King of Avalon. So sieht es besser aus. Voll mit rein und los geht's. Ich habe die Musik ausgemacht, weil ich hier immer eine Beschwerde kriege bei Avalon. Ja, deswegen werde ich es ohne Musik spielen. Sound lasse ich drin, nur Musik nicht. Bestätigen. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Damit warten wir erstmal. Schauen wir mal, was er bauen kann. Schmieden, schmieden, kann ich nicht schmieden. Wir fehlen die Sachen. Hm. Na ja. So, dann. Och, hier ist noch was. Genau. Erstmal zur Point. Oh, war das schon alles. Bauen. Ne, geht noch nicht. Da ist eine Schatztruhe. Einsammeln. Zwei Minuten kommt der nächste Schatz. Zwei Minuten kommt der nächste Schatz. Mit der Daher möchte ich erstmal warten. Da geht es nicht weiter. Einfordern. Okay. Hier haben wir... Okay, auch nichts. Kann ich überspringen. Kann ich überspringen. Oh. Ein Steinmonster. Ich glaube, den werde ich sowieso nicht besiegen. Sechs Minuten, vierzehn. Oh, ne. Ne, das dauert mir zu lang. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Deswegen mache ich das nicht. Äh, hier ist ein roter Punkt. Bestätigen. Haben wir noch ein roter Punkt bei Helden? Hm. Nö. Hm, da weiß ich nicht. Was ist da mein? Forschung. Allianzforschung. Okay. Ja, schneller bauen. Okay. 20 Mal gespendet. 20 Mal gespendet. Gegenstände. Was habe ich denn hier Schönes? Nachrichten. Ich habe mich ausgesperrt. Ich habe mich ausgesperrt. Ich habe mich ausgesperrt. Meine Gilde hat mich ausgesperrt. Meine Gilde hat mich ausgesperrt. Ich habe mich ausgesperrt. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind meine Queste, greife einmal Monster an. Das ist noch Level 1. Ich werde mal die Level 1 aufleveln. Das ist zumindest ein Level 1. Ich werde mal die Level 1 aufleveln. Ich werde mal die Level 1 aufleveln. Das müsste ja so passen. Warum sagt er immer noch, bei 13 Hellen kann ich was machen? Ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Dann gehe ich mal wieder zurück in meine Stadt. Ich werde mal die Level 1 aufleveln. Ausbilden. Dampfen. Besser wie. Gut. Ich werde mal die Level 1 aufleveln. Ich werde mal die Level 1 aufleveln. Das ist jetzt Nummer 3. Okay. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Gut, ah, hier ist wieder was bei Helden los hier, Helden, so, der ist jetzt auch Level 9, ok, die Daily ist schon mal fertig. Verbessere einmal ein Gebäude, dreimal kann ich das machen, hm, 200 Truppen ausbilden, gut, das können wir machen, ausbilden. Ich glaube, das war's auch. Oh, nee, dann nicht. Eiserne Schildkröte. Okay. 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 Gut. Monster Level 9. Okay. 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 Das müssen wir auch noch machen. Okay. Okay, ich muss zum Brunnen gehen. Okay. Das weiß ja auch, was ich brauche. Brunnen, da bist du. Ich brauche gratis Holz. Aber Steinbein. Ich brauche gratis Holz. Okay. Okay. Jetzt bauen wir einmal und machen die Forschung. Das heißt, es sind zwei Tages Daddys in Gange. Also drei sogar. Truppen bilden wir gerade aus. Gebäude ist in Gange. Forschung ist in Gange. Dann können wir noch die Ressourcen machen. 50.000. Ich werde dann Holzressourcen nehmen. Keinen fahren wir Eisenachau. Aber É. Fester muss 15 sein, okay. Ich glaube da ist einer drinnen und hier auch, okay, besetzen, es sind 40.000, die ich mitnehmen kann, naja. Das ist Nummer 20.000. Gut, jetzt, hier ist noch ein roter Punkt bei einem. Ne, ne, ne. Oh, jetzt ist er weg. Dann würde ich jetzt mal hier reingehen. Oh, das war gut. Ja. Ich habe gleich alle Truhen. Letzte Truhe. Jetzt muss ich noch mal da hin. Weil links daneben ist der letzte Kampf, der Boss. Okay. Das war. Drei, sechs. Fangen wir unten an. Oh, das war ja gut. Scheint so, dass unten alle Truhen sind. Oh, das war ja gut. Los. Suche nach Truhen. Noch eine Truhe. Fertig. Fertig. Gerade habe ich insgesamt mein halbes Leben verloren. Dann müsste ich jetzt, glaube ich, zwei Dritte von meinem Leben verlieren. Und die nächste Runde müsste ich ganz knapp gewinnen. Oder auch verlieren. Das war ja gut. Das war ja gut. Das war ja gut. Das war ja gut. Das ist richtig nass. Da oben ist die Truhe. Genau. Und der Boss. Mal schauen, wie stark der ist. Ohne Hydra. Nicht ganz die Hälfte verloren. Hatte ich nicht gerade schon mal die Hälfte verloren? Na ja, egal. Aufhörbar schaue ich den dann auch noch. Kampf. Kampf. Oh, das ist der Weg der Truhen. Also hier oben sind die Kämpfe dann. Okay. Geht's wieso nicht mehr weiter. Ein Eidex-Mensch. Lol. Und das waren alle Truhen jetzt. Da fehlt nur noch der Boss. Wo ist der Boss? Da ist er. Da ist er. Hm. Da ist er. Oh. Doch. Das schaffe ich. Jawoll. Jawoll. Aber die nächste Runde schaffe ich nicht mehr. Aber ich habe eine Truhe. Ich bekomme eine Truhe. Da. 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 Das schaffe ich nicht. Hm. 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 Wo konnte ich... Hier konnte ich den ausbilden. Und. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, 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 Spinnnetze, Spinnenseide, hm, warum steht hier das eigentlich immer? Ich muss mal zur Schmiedel gehen, die müsste glaube ich hier vorne irgendwo sein, Botschaft, Kriegshalle, Fallenfabrik, da muss ich auch was machen. Ah, hier, da. Super. Zwei Schwerter, oder eine Lanze und ein Schwert. Es sind nur noch eigentlich Schuhe. Das ist die Schmiede. Plagehaus war das. Das war die Schmiede, oder? Ne. Das. Geistige Halle. Schmiede hier. Eine Waffenkammer. Ah, okay. Du kannst Stahl in diese Stein umwandeln. Mittelhoch, Eisensteine. Mittelhoch, Eisensteine. Mittelhoch, Eisensteine. Mittelhoch, Eisensteine. Und die Mittelhoch, Eisensteine, kannst du wieder in Stahl umwandeln. So wie man was gerade braucht. Aber macht da bestimmt mal Verlust bei. Ähm, ja. Allianz, schauen wir mal nach. Mitglieder, sechs, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Vor einem Jahr letztes Mal online gewesen. Vor einem Jahr auch. Vor einem Jahr. Vor 80 Tagen. Naja, na gut. recht. Jawohl. Voi. Gott. Wof. Sanfte. Wof. 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 Und hatte der mich ausgesperrt? Ne, ich weiß es nicht mehr, ich habe leider die Nachricht gelöscht. Und dann schaue ich nochmal nach, äh, ne, nachschauen brauche ich keine mehr, Queste, da weißt du ja, dass die sowieso nicht weiterkommen. Da bin ich bei, da bin ich bei, da bin ich bei, da bin ich bei, da bin ich bei. Spenden habe ich gemacht. Wenn der Kristall Level 5 hat. Welcher Kristall? Wo ist denn hier ein Kristall? Festung 17. Tägliche Lieferung. Na gut, dann gehen wir hier wieder ein. Ich probiere den nächsten Kampf. Ich habe ja jetzt ein Schwert mehr, also ich bin stärker geworden. Rechts und hoch. Kampf. Oh, ein kleiner Fall. Noch ein kleiner Fall. Noch ein kleiner. Well, das ist. Effiz text zu können. Wir konnte niemanden finden damit nicht? Ist das alles mögliche? aber ich glaube den nächsten würde ich auch nicht schaffen so nach die truhen machen wir das mal schnell eine truhe fehlt also noch haben sogar zwei noch gefehlt mein lieber schon so da will ich nicht weiter kommen obwohl ich kann mit einem punkt verteidigung acht prozent weniger schaden jawohl bei mir ist jetzt nur warten und warten bis die sachen fertig sind auch doof naja was soll ich machen ist halt so muss bei allen firmen warten bin ich gerade dabei bin ich gerade dabei bin ich gerade dabei und bin ich gerade dabei hier ist das schon ein weggezogen also ich kann die nächste forschung glaube ich machen ist noch im gang na gut dann würde ich mal sagen das war es für heute leider nicht so viel passiert aber ist ja meistens bei solchen spielen hauptsache ihr hatte spaß ich würde mich freuen wenn du aber nichts wenn ihr euch seid bis dann wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau tschau